Bist du bereit für neue berufliche Herausforderungen, die soziales und sportliches vereinen? Dann kommt zu uns und werde Justizvollzugsbeamtin oder Justizvollzugsbeamter in einer der sechs Justizvollzugsanstalten Hamburgs. Unter dem Aspekt der Resozialisierung hilfst du wesentlich dabei, Gefangenen künftig ein Leben in sozialer Verantwortung zu ermöglichen. Zu deinen Aufgaben im Justizvollzug gehören unter anderem die Betreuung, Sicherung, Versorgung und Unterbringung von verurteilten Personen. Und keine Angst, was du noch nicht kannst, bringen wir dir bei. Egal wo du herkommst oder was du vorher gelernt hast, im Unterricht erfährst du nicht nur alles zum Vollzugs- und Strafrecht, sondern bekommst auch interessante Einblicke in die Privilegie und Pädagogik. Bewirb dich jetzt und mache eine Ausbildung zur Justizvollzugsbeamtin oder zum Justizvollzugsbeamten. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, um die Vergangenheit zu ändern. Aber wir können Menschen helfen, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Nähere Infos zur Ausbildung und zur Bewerbung findest du auf unserer Website.